5 Kosmetikgeheimnisse gegen Krähenfüße Zur Reduzierung von Krähenfüßen kannst du außer der täglichen Feuchtigkeitszufuhr eine an Antioxidantien reichhaltige Behandlung mit Trauben anwenden. Als Krähenfüße werden umgangssprachlich die kleinen Falten im Augenbereich bezeichnet, die durch die Gesichtsmimik sowie das fortschreitende Alter entstehen, da dadurch die Haut an Elastizität und Feuchtigkeit verliert. Auch Sonnenexposition und freie Radikale in der Umwelt können Zellschäden verursachen und den Alterungsprozess beschleunigen. Es gibt verschiedenste Techniken und Behandlungen, um die unschönen Fältchen zu reduzieren und jünger auszusehen. Viele sind jedoch kostspielig und kommen nicht für jeden in Frage. Als Alternative bieten sich natürliche Hausmittel, die dieselbe Wirkung erzielen, jedoch preiswerter sind. Anschließend erfährst du mehr über 5 Geheimnisse zur Behandlung von Falten im Augenbereich. Erste natürliche Creme mit Aloe Vera gegen Krähenfüße Allögel wirkt nicht nur erfrischend und wund heilen, damit können bei regelmäßiger Verwendung auch Falten reduziert werden. Das Gel spendet der Haut Feuchtigkeit und bringt sie zum Strahlen. Gleichzeitig schützt es vor Unreinheiten. Wir empfehlen dir dieses Rezept mit Mandelöl, das ebenfalls feuchtigkeitsspendend und hautregenerierend wirkt. Zutaten 1 Esslöffel Allögel 1 Esslöffel Mandelöl Zubereitung und Anwendung Beide Zutaten im Mixer vermischen, bis dann eine cremige Paste entsteht. Nach der Gesichtsreinigung das Produkt dann auf die zu behandelnde Zone auftragen und 30 Minuten wirken lassen. Danach mit reichlich Wasser abspülen. Wiederhole diese Behandlung dann jeden Abend. Zweite Eiweiß-Gurken-Behandlung Sowohl Eiweiß- als auch Gurken wirken hautstraffend und regenerieren geschädigte Haut. Damit können also unschöne Falten reduziert werden. Die Gurke wirkt auch entzündungshemmend sowie feuchtigkeitsspendend. Sie verstärkt somit die regenerierenden Eigenschaften der Eiweißproteine. Zutaten 1 Eiweiß 1 Halb Gurke Zubereitung und Anwendung Die Gurke schälen und dann mit dem Eiweiß im Mixer homogen vermischen. Danach mit einem Pinsel eine feine Schicht auf die Crenfüße auftragen. Trocknen lassen und danach mit Wasser entfernen. Dieses Produkt kann dann im Kühlschrank mehrere Tage aufbewahrt werden. Dritte Avocado-Maske Die essentiellen Fettsäuren der Avocado und ihr hohr Gehalt an Proteinen und Antioxidantien machen aus dieser Frucht eine wertvolle Hautpflege. Die Zellerneuerung wird stimuliert und unschöne Falten werden somit verhindert. Die Haut wird mit Feuchtigkeiten und Nährstoffen versorgt. Zutaten 1 halbreife Avocado 1 Teelöffel Kokosöl Zubereitung und Anwendung Vermische das Fruchtfleisch der Avocado mit dem Kokosöl. Mit einer sanften Massage auf die zu behandelnde Hautzone auftragen und dann 30 Minuten wirken lassen. Wenn du möchtest, kannst du diese Mischung als Maske für das ganze Gesicht, Hals und Dekolleté verwenden. Dann mit kaltem Wasser abnehmen. Mindestens dreimal in der Woche durchführen. Vierte Papaya-Saft gegen Krähenfüße Papaya wirkt sowohl innerlich als auch äußerlich ausgezeichnet, um gegen Krähenfüße oder andere Falten vorzugehen. Die Papaya enthält Vitamine, Antioxidantien sowie Enzyme, die die freien Radikalen hemmen und somit Zellschäden verhindern. Zutaten 1 Scheibe Papaya-Watte Zubereitung und Anwendung Die Papaya im Mixer verarbeiten bis dann ein Saft entsteht. Den Wattebausch in diesen Saft eintauchen und dann auf die Krähenfüße einreiben. Dann nach 15 Minuten Einwirkzeit abwaschen. Dann täglich 1- bis 2 Mal anwenden. Fünfte Behandlung mit Trauben und Vitamin E Trauben enthalten Polyphenole mit stark antioxidativer Wirkung, die Kollagen sowie Hautelastizität schützen. Die Wirkung wird mit den Vitamin E Kapseln verstärkt, die Feuchtigkeit spenden und den Regenerierungsprozess der Haut fördern. Zutaten 6 Reife Trauben 2 Vitamin E Kapseln Zubereitung und Anwendung Zerdrücke die Trauben bis eine Paste entsteht und vermische sie dann mit dem Vitamin E. Anhand einer sanften Massage auftragen und dann 20 Minuten wirken lassen. Diese Mischung kann dann auch für das ganze Gesicht verwendet werden. 3 Mal in der Woche durchführen Beachtet, dass auch ein guter Sonnenschutz gegen Krähenfüße vorbeugen kann. Dieser reduziert die Auswirkungen der UV-Strahlen und verhindert die Schwächung empfindlicher Zonen der Gesichtshaut. 1 2 3 2 1 1 2 Bis zum nächsten Mal.